So, her damit dem ganzen Kram, Gomi Luma, oh beim Schlafzimmer, ja den haben wir, den und den, das heißt das ist tatsächlich auch der nächste in der Reihenfolge, aber ich glaube der braucht irgendwie schon 800, 900 bestimmt. Jenseits des endlosen Treibstands, ich glaube das ist das, genau wo wir jetzt hier rüber, 5 blaue suchen müssen und ach denn das machen, ok. So, jetzt kommt hier so ein Gegner, wenn wir den, ach ne warte, der kam dann nach oder? Genau, der kam so, oder er kam halt auch nicht, wie auch immer ich das gemacht habe. Oder doch, es war doch die Mission hier. Wobei, oder war es doch die andere? Hallo? Nein, war das nicht hier? Hier ist ein Stern, genau. Nein. Und ich glaube der ist da recht unter. Ja, genau so, wie sollte das passieren? Ich weiß bloß nicht wieviel man braucht. Bestimmt 50 oder nicht? 20? Ach ja, dann. Dann machen wir den jetzt auch. Ja, hier haben wir sowas. Und das bewegt sich halt gleich und ich glaube wir müssen 5 kleine Teile sammeln. Und der bildet halt, oh das waren noch 5 ne? Dafür mussten 5 kleine Teile sammeln, also 5 kleine Sternteile. Da ist Nummer 1. Daraus wird halt der Stern da ne? Ja, keine Ahnung, wo ich sagen muss. Könnte jetzt ein bisschen dauern. Ach ja, hierbei? Das ist zerstörte Kiste. Geh hoch, bitte. Danke. Du bist gut. Gehen wir jetzt... Hä, wo kommt du denn her? Keine Ahnung, weiss ich nicht. Gehen wir einfach hier lang. War ich hier? Vielleicht. Ja, hier war ich. Nein, aber hier war ich noch nicht, weil da ist auf jeden Fall schon mal was. Und einer muss hier noch sein. Ich glaube auch der ist auf diesem... in dem Weg. Ja, wahrscheinlich, oder? Spaß! Hoch 100. Kann alles nochmal machen. Hier gibt es halt nur zwei Wege. Ja. Ja. Ja, aber ich verstehe das nicht. Wo ist denn der letzte? Weil jetzt kann ich ja hier hingehen. Ach, das wollte ich nicht. Ach ne, ach, das aktiviert sich denn. Ach, schade. Ja, aber wo ist der letzte? Ohlal. Es funktioniert. Hätte ich ja nicht gedacht. Warte, war ich jetzt hier schon? Keine Ahnung. Ich hab's schon wieder vergessen. Ja, wie aktivieren wir den einfach mal? Denn... Nehmen wir mal hier rein. Das war's nicht. Geschichten ... Ja ... Sieünüz nicht. Ich bin hier Lena. Sokaan Karina Die Sandkapsel und die Silbersterne und daraus wirken grüner. Ja, drei Sterne können wir der halt immer noch machen. Machen wir jetzt mal den, den ich eben schon machen wollte. Den kommt halt noch der dritte und dann gibt es ja noch den, äh, äh, hier den, ähm, Dings, den Kometen. So, schauen wir mal, vielleicht geht das jetzt auch besser hier, ich kann mich halt so schnell nicht wieder drehen. Scheiß auf die 8 Zeile. Scheiß auch auf den 3er Kills, den brauche ich glaube ich nicht. Beziehungsweise, ja, 6, 6er Filz, weiß ich nicht. Gab's ja auch schon welche, ne, die waren nur da. So, da ist schon mal der Erste, den Panzer brauchen wir für ne Kiste, den brauchen wir, den gehen wir jetzt, da ist die Kiste. Na, ach Gott, ne, egal, holen wir die beide jetzt. So, jetzt nur noch der und da hab ich das ja schon, so. Gut, ich muss nochmal zurück. Schafft man das? Anscheinend nicht, okay. Wobei, doch, mit dem Drehen schafft man das. Wobei, ich glaub, hätt ich das andersrum gemacht, wär ich schon, wär ich schneller dann. Ja. Meine Ahnung, was das hier mit dem Weg war, ich glaub, es war ja scheißegal. Da ist der Stern, ist man da mit Luigi herangekommen? Ich glaub nicht. Also nicht, nicht so abkürzen, mäßig. Ich glaub, das schafft man nicht. Vielleicht schafft man's doch, will ich's probieren? Eigentlich schon. Nein, 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 nein. Och, Mann, es ist doch so ein Katzen. Oh. Hä? Wie ich hier am Ende bin? Warum auch immer. Nö, keine Ahnung. Ich erinnere halt nicht, ob man noch höher springen kann mit ihm. Keine Ahnung. Vielleicht, wenn man was Bestimmtes macht oder so. Machen wir's halt so. Ich will da nicht rein. Och, Mann, nervt mich doch nicht. Ja, Fairness. Ich hab auch Bock jetzt gerade noch auf dieses, auf diese Galaxie, hab ich halt auch absolut letztes Mal schon Bock gehabt, ne. Ja. 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 Moin, Knochenbrocken. Ich weiß nicht, ist das nicht meine Galaxie? Auf jeden Fall nicht. anstatt langsam zu machen anstatt hier den zu machen macht er auch nicht aber ich habe sehr geschafft kam jetzt nicht so ein kleiner noch ein kleiner boss noch so ein mini-boss ich glaube ja das ist jetzt noch nicht der komplex vielleicht kommt er nach dem stern sehr gut habe ich den auch schon mal die riesenfalle in der wüste ich meine hier gab es einen boss der das jetzt war ne anfangs nicht ach aber das ist auch wieder naja ist ein bisschen unnötig dieses level auch wieder man muss halt hier unnötig die sachen gleich noch sammeln das ist voll nervig ist ach so ich stecke fest ich will kurz sagen was ist los so wir haben zwei knöpfe einer ist halt die frage wo war die truhe jetzt kann ich die kamera wieder drehen dankeschön hier ist sie ja wir müssen uns wieder hochfahren also hoch kommt man halt auch so aber ja wenn sie im sand sind jetzt kann der tower zu bleiben jetzt kriege ich eigentlich alle weil ich muss jetzt nicht wieder den knopf runter machen um hochzukommen also mit mario klappt es schon und mit luigi klappt es halt auch ich weiß bloß nicht ich weiß nicht mehr wie ging denn das ich war auf jeden fall von hier und dann bin ich mir unsicher keine ahnung da weiß ich nicht mehr so so ist es nicht aber so funktioniert das anscheinend auch man kann ja auch einfach gegen springen oder auch nicht doch kann man und jetzt ist hier noch sehr genau aber aber der hell war das wirklich mit dem mal mit dem wald sprung na dann äh wo ist das denn ich glaube man musste den auch mit dem kill aber du darfst es gerne rüberklicken ja wo doch nicht sollte aber reichen wenn er das mal machen würde halt reicht sogar einer das ist halt so unnötig was man dieses level alles machen muss so und jetzt wollen die mich natürlich noch ärgern muss ich überhaupt runter ich mach das ist einfach gemacht war vielleicht nicht so schlau oder ich glaube ich musste hier runter also ich bin heute viel eingang jetzt kommen wir da drin raus ja ja schon klar und wer jetzt äh kommt das ist der san tot alles klar springer dagegen jetzt kommt mal Hiermit bedanke ich mich fürs Schauen des Super Luigi Galaxy Parts, ich hoffe er hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, bis dann und ciao. Bis dann.